Die Rathausallee in Bernsdorf ist seit Mittwoch gesperrt. Ein Teil der Straße wird verlegt. Grund dafür ist der Neuaufbau des historischen Torbogens. Er war aus bislang nicht geklärten Gründen abgerissen worden. Auf Initiative und eine Spendenaktion von Stadtrat Bodo Rudis ist der Wiederaufbau ins Rollen gekommen. Damit soll nun die Historie des einstigen Gutshofes zumindest optisch wieder erlebbar sein. Da der Torbogen für Fahrzeuge nicht geeignet ist, wird die Rathausallee künftig von der Schlossparkmauer geradeaus auf die Bebelstraße führen. Die Arbeiten, zumindest für die Straße, sollen bis zum 16. November andauern.